Schön, dass ihr bei Horizon Zero Dawn wieder mit dabei seid. Wir müssen ja direkt hier, ähm, warte, ich muss mich kurz orientieren. Wir waren hier dabei mit Sona, die quers, genau, wir sollen erstmal die Lager da ausräumen. Die den Metallring bewachen, damit sie nicht gewarnt werden. Gut, eins hatten wir, glaube ich, schon beim letzten Mal. Den machen wir uns jetzt auf den Weg zum nächsten. Ich muss ein bisschen aufbrossen. Hier waren ja, glaube ich, verdeckte Maschinen. Und irgendwie komme ich hier, glaube ich, nicht durch. Ich sollte vielleicht, oh, oh. Da geht es mir schon los. Da kommt ja schon eine. Sind die mich? Ich glaube, ja, ne? Das ist, ähm, ja, geht ja gut los hier, ne? Würde ich so hocken. Oh, Mann. Gut, die hat mich zum Glück nicht gesehen. Die hat zwar was bemerkt, aber hat mich nicht gesehen. Ja, oh, ist ja gut. Ich will doch nur looten. Oh, Mann. Diese Verderbnis, ich wollte doch nur looten, Mensch. Ja, äh, ich sehe gerade, das sieht hier sowieso ziemlich essig aus mit Metallbrand. Gut, das brauche ich nicht. Mit, ich brauche erst mal was zum Verstecken. Hier rennen ja noch mehr Maschinchen rum. So, wieder nix. So, warte mal, den Eimer kurz. Heiltränke, hier haben wir noch sechs. Werd ich wohl einen benutzen müssen. Führt kein Weg dran vorbei. Und Heilkräuter, dann sieht das hier sehr, sehr essig aus. Gut, aber wir müssen trotzdem hier vorbei. Das ist ein Heilkraut. Jo. Oh, der gesehen, da waren noch zwei, drei Stück. So. Wir müssen auf jeden Fall hier hin. Mal sehen, ob ich mich anschleichen kann, ohne dass die mich sehen. Ich bezweifle erst mal ein bisschen. Ich kenne ja monische Niki-Piki-Fähigkeiten, aber... Probieren geht über Studieren, ne? Weiß ist ja so schön. Hm. Das da oben ist der Alarm, ne? Ah, ich glaube, den kann ich so nicht ausschalten. Komm mal her, mein Freund. Ähm. Nein. Ich wollte... Genau. Das war nix. Das war gar nix. So. Den hätten wir schon mal. Da drüben ist noch einer. Oder was ist das? Sieht zumindest ein bisschen danach aus. Müsste ich den nicht eigentlich mit Feuerpfeilen bearbeiten können? Probieren wir es mal. Wow. Jo, das hat bestens funktioniert. Sehr schön. Sehr schön wollte er. Ich habe gerade gesehen, der hatte diese Lohe hinten drauf. Und Lohe ist ja leicht explosiv, ne? Oh, die sind etwas aufmerksamer geworden, die Herren. Wäre auch schön, wenn sie mal rauskommen würden. Aber offensichtlich nicht. Die suchen nach mir. Aber... Na. Nein, nein, nein. Okay, gut. Okay. Boah, euer Clown, dass das nicht funktioniert. Okay. Ja, ey. Jetzt mal fertig mit eurem... Oh, oh. So, der wäre auch schon mal ausgeschaltet. Einmal kurz looten. So viel Zeug muss aus sein. Na, mein Freund, ich seh dich doch. Wollte mal. Hier reichen auch normale Feinde. Da muss man ja nun nicht unbedingt... Sehr schön. Oh, Schnellreisepaket. Ja, sehr schön. Wäre es schön, mal irgendwie einen Trank oder so zu finden. Ehrlich gesagt. Aber bis jetzt rum, die nur Müll hier einsteigen, du. Natürlich. Natürlich, natürlich. Die Göttin schütze uns. Ihr schützt euch keiner. Sehr schön. Du wärst auch erledigt. Komm, ich krieg euch. Warum, warum? Weil ihr mal ein Dorf angegriffen habt. Genau deswegen. Entdeckung, Krieger! No! Ha! Da! Da! Wunderbar. Die hätten wir auch. Oh, sind wir noch... Oh, da ist noch einer. Okay. So, dort ist noch einer. Entdeckung bleiben! Im Schatten bleiben! Na, komm schon. Luigi! Wovon wirklich die jetzt schon weit? Weit vorbei. Na, so weit vorbei konnte es ja nicht gewesen sein. IB ist ja da aufpassen, Leute. Ich will ja nicht zäben. Ihr könnt nicht mich treffen. Oh, Mann. Und so doof, den Weg zu laufen, bin ich auch. Gut. So, dich nehmen wir nochmal mit. Geht nicht. Gut. Den laufen wir immer hier lang. Oh, was ist denn das für ein Lager hier? So mal. Keiner von denen heiltrank dabei? Nö. Aber ein Schnellreisepaket, das ist auch gut. Bei mir bleiben! Die haben hier nur Mistohren stecken. Die holen echt nur Mistohren stecken. Aber gut, zumindest die Reisepakete, die sind immer gut. So, wo sind die Herrschaften? Boah, ist noch einer. Sehr schön. Gut, gut. Du hast doch irgendwas Brauchbares, ne? Gut. Ich dachte gerade. Oder ist einer von meiner Polizisten? Aber gut. Ja, das kriegen wir jetzt eh nicht mit. Da hinten ist noch einer. Ich glaube, das ist der letzte. Guck mal. Kriegt ihr den nicht tot? Oder was macht ihr da? Äh, gerade nah. So. Sehr schön, sehr schön. Das ist ja schlimm mit euch, sag mal. Gibt da immer noch was? Wo kommt man Wächter? Okay. Sind die Herrschaften auch auf? Ne, das sind Plünderer. Die sind also auch aufmerksam geworden. Okay. Ey, ey, ey. Pass auf, wo ihr hinschießt. Sehr schön. Hohe Dämonie. Nein. Ich wollte doch meine Heiltränke sparen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die machen aber auch einen Schaden. Ja, mit F nimmst du einen Trank zu dir. Ich weiß, ich weiß. Muss ich das jetzt echt? Ne, hat's gespeichert. Okay. Grund sagen, jetzt hab ich zumindest meinen Trank gespart. So kann man's ja auch mal sehen. So kann man's ja auch mal sehen. So. Die Maschinenchen sind allerdings noch da. Ja, gezählt hat er das auch. Zwei von drei hab ich. Hier, dann nimm doch erst mal ein paar Kräuterchen mit. Und den holen wir da vorne mal den Wächter her, wenn's geht, wa? Geht nicht gut. Den muss ich, Leute... Ah, die kämpfen immer noch. Nimm mal Feuerpfeile. Oh, das sind ja Verdorbenen. Feuer ist ja gut gegen die Verdorbenen. Sollte zumindest eigentlich so sein. Ja, der kriegt auch gerade sehr gut Schaden. Ah, okay. Sehr schön, sehr schön. Den hätten wir den auch... Gut, der Tod eben war unnötig. Absolut unnötig. Ist hier noch irgendwo ein Heilkraut zwischen? Jo. Davon würde ich gern mal ein paar haben. Das ist Reinholz, gut. Ist da noch ein Heilkraut? Jo. Du hast jetzt Stücke. Du hast jetzt diese Brennwurzel. Da ist noch ein Heilkraut. Das hält sich, ja. Ja, was braucht Boris drin? Ne. Gut, äh, den stelle ich auch mal kurz Munition wieder her. Also der Tod eben war wirklich unnötig. Aber ich wollte die Heiltränke sparen. Deswegen habe ich keinen benutzt. War vielleicht ein Fehler. So, die nächste Quest ist da vorne irgendwo. Äh, vielleicht finde ich hier unterwegs noch ein paar Heilkräuter. Das wäre... Sehr, sehr... Formidabel. Gut. Den mal gucken. Was haben wir denn hier noch so schönes? Hier muss ich ja sowieso lang. Ja, ja. Alte Trümmer. Ich glaube, da ist sowieso wieder irgendwas drin, was ich nicht mitnehmen kann, oder? Oh, klar. Ist hier eigentlich... Okay, hier ist auch so einiges, ne? Wenn man das mal so nebenbei betrachtet. Dort muss ich hin. Ah, bevor ich hier später wieder komplett alles absuchen muss. Weiß mich nicht, ob ich hier nochmal hin muss. Und das ist der Metallring, aber... Dort ist doch zumindest so eine Metallblume. Ehrlich gesagt, würde ich schon gerne die so auch mitnehmen, ne? Sonst muss ich ja später wieder hin. Ohne mal, die muss ich ja irgendwo so hin. Das ist hier eben, wo ich eben war. Die habe ich gar nicht gesehen. Die Frogi ist natürlich nur da aus dem Sägezorn oder sowas. Wo genau ist das Metallblume? Müsste ich die Sägezähne nicht eigentlich jetzt übernehmen können? Ne, den nicht. Das ist ein Verdorbener. Die Verdorbenen gehen definitiv nicht. Da ist die Blume. Da ist das Blümchen. Die haben hier echt verdorbene Sägezähne. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, wo denn mal? Uha. Britten wohl da nicht viel bei einem Sägezahn. Ne, gut. Ah, das darf doch wohl nicht wohl sein. Der hat mir ja nicht mal Zeit gelassen zum Ausruhen. Ja, oh, die Blume hole ich mir sofort. Oh Mann, los mich hier weg. Los mich hier weg. Geh mal. Das darf nicht wahr sein. Nein. Der lässt einen ja nicht mal die Zeit, auf die Heilträge zu kommen. Jetzt wollte ich gerade einen nehmen. Ich will diese verdammte Blume haben. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich stehe ja schon wieder hier oben. Ist das hier der Autosave oder was? Okay, warte nochmal. Wusste ich hier. Borsenlagerfeuer. Das würde ich erstens gerne mitnehmen. Und dann geht es einmal weiter zur Blume. Vielleicht komme ich zur Blume, ohne dass der Sägezahn mich sieht. Aber ich meine, die verdäbten Sägezähne sind nicht ohne. Die Heilkräuter bringen leider nicht mehr viel. Ich werde wohl mal gleich jetzt. Ich wollte ja gerade da hinwechseln. Ging ja nicht. Die sind auch schon wieder da. Okay. Wollen diese Kämpfer hier scheuen, nicht mehr da zu sein. Sehr schön. Ich brauche dringend bessere Rüstung. Aber ganz dringend. Hier ist noch so ein Heilkraut. So ist das sowieso nichts Großartiges einstecken. Und den musste ich leider besäutigen, weil der halt bei meinem Lagerfeuer rumsteht. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. So, den machen wir hier einmal kurz schnell. Den nächsten Autosave. So, und das Blümeli dort ist jetzt hier. Vielleicht komme ich da ja irgendwie hin. Ohne dass mich der Sägezahn bemerkt. Ich glaube es zwar nicht, aber Probieren geht über Studieren, ne. Oh Gott, die Fedeppenviecher sind nicht ohne. Guter Schwornchen nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Allein schon, weil ich das Fleisch brauche, um mehr Trink hierher zu stellen. So, den haben wir hier. Die Heilkräuter nehme ich auf jeden Fall gerne alle mit. Dort ist die Blume. Ich weiß nicht, wo der Sägezahn ist. Aber die kann auch gerne bleiben, wo er will. Sehr schön. Die Blume haben wir. Den. Ah, da muss ich eh hin. Würde ich hier ehrlich gesagt gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich hier später noch hin muss. Das sieht so leer aus. Aber ich würde hier gerne die Tosse noch mitnehmen. Und da die Blume noch mitnehmen. Und das Panoramading noch mitnehmen, bevor ich da hingehe. Weil wer weiß, ob ich hier später noch hinkomme. Das ist heute. Möchte heute gerne alles einsammeln. So, den machen wir hier mal weiter. Also zwei Tote jetzt in einer Folge. Absolut unnötig. Aber hier scheint auch Dauer nachzusein. Abgesehen davon. Ich sehe nichts. Jut, die in einmal diese Richtung. Vielleicht finde ich hier unterwegs noch ein paar Heilkräuter. Wäre sehr, sehr brauchbar. Woher stellen kann ich, glaube ich, keine weiteren Tränke, wenn ich mich nicht täusche. Und Tränke. Nö. Fettes Fleisch fehlt. Ein reichhaltiges Fleisch habe ich. Aber wo kriege ich ein fettes Fleisch her? Das ist halt nur so ein Problem. Normalerweise findet man. Wo ist ein Heilkraut? Hm, etwas Vorrat. Auch Fleisch in Massen. Aber diesmal irgendwie. So. Wollen wir zumindest ein paar Heiltränke? So, das Lager hätten wir. Da müssen wir nur dran vorbei. Und den. Vielleicht aus dem Fuchs. Glaub ich aber nicht. Ne, es ist knochiges Fleisch. Okay. Das bringt mir auch nichts. Wo kriegen wir denn fettes Fleisch schon? Die Schweine sind es anscheinend auch nicht. Das sind doch schon wieder Maschinen. Das sehe ich doch so schon. Ja, und schon wieder ein Sägezahn, oder? Ne. Brust sind Plünderer. Okay, vielleicht kann ich die anlocken. Warte mal. Probieren kann man es ja mal. Dann spare ich mir vielleicht die Kämpfe. Vor allem, weil es drei Stück sind. Und die Verdorbene sind sowieso nicht ohne. Mal gucken. Oh, das ist echt däuscht. Obwohl, der eine ist schon fast aussehen wie ein Sägezahn, ne? So, das wurde eine. Den anderen hätte ich auch gerne noch hier. Eww. Okay. Ist doch besser. Vier sind das sogar. Wieso auszulöschen? Als wenn man schon wieder stirbt. Das muss doch nicht sein. Gut. Du, mein Freund, kommst bitte auch her. Genau. Und dann war hier eben aber noch ein Vierter. Ich weiß nicht, wo der jetzt abgeblieben ist. Aber den hatte ich gesehen. So. Ich sehe ihn gerade nicht. Aber hier war noch einer. Das weiß ich. Stufe 17 auch erreicht. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich werde echt mal diese Scherbenplünderer Dingsbums killen müssen. Warte mal. So kann man ja jetzt direkt mal nachgucken. Äh. Fertig. Ich habe ja nur einen. Poisoner. Pickup am Rett. Scherbenplünder. Habe ich sogar schon geskillt. Okay. Den werde ich hier wirklich wollen. Ich bin echt komplett voll. Das geht so nicht. Erstens habe ich schon wieder zwei Lieder, ne? Abris. Und. Äh. Das ist Gewebe. Also für die Klamotten. Fernangriffschutz. Und Schockschutz. Aber hier kommen diese ganzen Grünen. Die sind doch eh zu nichts zu gebrauchen. Die kann ich doch zerlegen. Naja. Mit F. Gib ein paar Ressourcen. Und nehme alle unnötig Platz weg. Die blauen und lilanen lasse ich mal. Die kann man ja noch gebrauchen. Aber die grünen sind eigentlich völlig unbrauchbar inzwischen. Ich habe ja schon mehrere blaue. So. Den haben wir zumindest hier wieder ein bisschen Platz. Siehste mal. Weiß nicht, ob das auch im Inventor gilt für manche Sachen. Wohl. Da ist ja eigentlich genauso voll. Ja. Das ist eher zum Verkaufen. Gut. Könnte ich auch zerlegen. Ja. Aber. Will ich das zerlegen? Ah. Ich werde was zerlegen müssen. Äh. Tierhaut. Guck mal. Langbeinlinse. Schnappmaullinse. Brüllrückenlinse. Da habe ich aber alles nur einmal. Plündererlinse. Großerlinse. Lanzenhorn. Das habe ich ja alles nur einmal. Das ist das Problem. Großerherz. Wächterherz. Plündererherz. Das will ich ehrlich gesagt gar nicht zerlegen. Ja. Wächterlinse hier. Die habe ich mehrmals. Da zerlege ich mal die fünf Stück. Ja. Gut. Mach mal so viel, bis ich drei Stück habe. So. Was ist denn los? Kaninchenknochen. Und den Rest brauche ich auch alles. Die Reisepakete sowieso. Räuchhaltiges Fleisch. Knochiges Fleisch habe ich auch so viel. Da sollte ich echt mal was verkaufen. Gut. Jetzt geht das zumindest erstmal ein bisschen. Jetzt ist aber immer noch die Frage. Wo? Ja. Zumindest kriege ich jetzt mal wieder ein paar Modifikationen mit. Ich weiß, dass hier noch einer war. Aber frag mich nicht mehr wo. Ähm. Hier muss auch irgendwo... Ich würde mich ja gerne mit dem Fokus umgucken. Das Ding ist so. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo die Maschine ist. Ich habe halt Angst. Die fällt mir so ein bisschen in den Rücken. Könnte nützlich sein. Aber ganz schön bitter. Ja, du sollst es ja auch nicht essen, Eloi Mensch. Das tut doch nicht nur gut. Ich habe gedacht, ich sehe so vielleicht mal einen lila Trümmerhaufen. Aber offensichtlich nicht. Doch. Da. Sehr schön. Den Bräunig ist stundenlang rumzusuchen. Den haben wir es ja. Ich habe schon zu viel dabei. Ja, hauptsache die Tasse haben wir. Der Rest ist unwichtig. Sehr schön. Dann nehmen wir hier noch das Blümchen mit. Dann fehlt nur noch das Stück da oben. Und den können wir auch weiter. Ich habe keine Ahnung, wo der andere geblieben ist. Oder habe ich mich verguckt? Aber ich meine, das waren vier. Aber gut. So blind wie ich man schon bin, kann das natürlich auch sorgen, dass ich mich hier komplett verguckt habe. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Zwei Sägezähne? Willst du mich verarschen? Tatsächlich. Das sind aber zwei normale Sägezähne, ne? Das sind keine verdorbenen, oder? Ich würde ja gerne mal... Kann ich die anlocken? Nein. Wir sind zu weit weg. Oh nein. Das hatte ich vor. Aber ich glaube, die haben mich gesehen. Oh je, oh je. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Der andere sieht mich. Sehr schön. So, kämpfen die jetzt gegeneinander? Moin, das ist doch nicht. Ja. Eine schöne brauchbare Kampfmaschine. Wunderbar. Ich glaube, meiner wird schon wieder ausgeschaltet, wie es aussieht. Oder auch nicht. Oder? Ne, meiner macht den Plan. Sehr schön. Ja, wunderbar. Gutes Pfiffchen. Sehr schön. Das Problem ist... Jetzt geh mich für unterwegs mit. Ich seh gerade, guck mal hier, da läuft ne Zeit runter. Der bleibt nicht für Dauer überbrückt. Sollte mich beeilen. Und das wollte ich suchen. Der bleibt nicht überbrückt. Da läuft ne Zeit runter. Das ist natürlich nicht so schön. Da ist es. Da ist es. Sehr schön. So, das Blümchen hätten wir auch. Alles klar. Hier ist noch ein Lagerfeuer, was ich nicht hab. Und den geht's da oben hoch. Den aber Beäulung geht's, bevor der da wieder... ...zu Besinnung kommt. Der geht doch sofort auf uns los. War es natürlich nicht so. Jetzt wird's zumindest mal... Ach, sehr schön. So. Den hätten wir das auch. So, jetzt muss ich wieder da hoch. Moin, ich hab jetzt so viel Schnellräuse-Pakete neu gesammelt. Ich bote mich einfach mal. Dann bin ich zumindest außer Reichwohle des Segezorgens. Okay, die großen Maschinen sind also nur für begrenzte Art über... äh, bremste Zeit überbrückt. Okay. Hm, nett. Nett, nett. So, what do you more? Eh, auf jeden Fall, das Panorama fehlt noch. Oh, bleibt immer da hinten. So, ich will gar nicht hin. Das ist auf jeden Fall schon wieder irgendwo oben. Wunderbar, wunderbar. Sind die Heilkräuter sehe ich hier jetzt nicht, oder? Nö, das sind Stöcke. Was sind die anderen? Hier ist ein Heilkraut. Okay. So, irgendwo doch. Ach, schaue ich da wieder irgendwo hochkraxeln. Naja, das kennen wir ja schon. Will der wohl jetzt hoffentlich mal ein bisschen besser klappen? Sobald ich den Weg gefunden hab? Hier muss es ja irgendwo hochgehen. Hm? Wieso müssen auch durch diese Panoramafelder? Naja, wahrscheinlich, weil wir von oben die besten Ausblicke haben. Immer irgendwo oben sein. Ähm, waren wir hier nicht schon mal? Nee, kann ja nicht. Ich sehe gerade nix Gelbes, ehrlich gesagt. Aber ja, das muss hier ja irgendwo sein. Hm. Ich sehe echt nix. Ich glaube nicht, dass es hier hochgeht. Woher hier ist ja nix. Wer weiß, das Panorama-Dingsbums da oben. Da oben. Das heißt, das muss da irgendwo hochgehen. Irgendwo hier bei dem da. Hier oben drauf ist es nämlich, oder? Oder ist es der Turm da? Nee, oder? Was ist denn nicht toll, ne, Jens? So viel zum Thema Sicherheit. Das sieht aber groter nach aus. Das ist der, ne? Das ist hier oben irgendwo. Ach, du Heilige. Wie soll man denn da raufkommen? Ist das nicht hier, wo mal die zwei Sägezähne waren? Wo ich die beiden Deppen gerettet hab? Die beiden Jäger? Die nicht mit mir gesehen werden wollten? Ja. Ja, hier geht's auch hoch. Nun, den mag ich auch gern. Da lang. Da lang. Alles klar. Denn hier ist was. Eloi, spring mal gerade. Danke. Den hier rüber. Sehr schön. Den da rauf. Den hier definitiv ans Stängchen. Genau. Und wo denn nach Dor? Oh, Mann. Warte, ist schon wieder ein Gekraxel hier. Und dort denn hier? Genau. Und runter. Oh, Mann. Da oben ist es. Da komm ich doch ein Leben nicht ran gesprungen, oder? Ich muss es probieren. Doch. Okay. Den einmal hoch. Sehr schön. Denn hier rüber. Doch nochmal hoch. Ich hasse diese Kletterpassagen. Aber gut. Geh schafft. Jetzt muss ich wieder aus Versehen abseilen. Kann mir schon vorstellen, warum hier ein Panorama war. Sehr schön. Das nehmen wir jetzt erstmal mit, bevor wir uns wieder aus Versehen abseilen. Das muss doch nicht sein. Das will gerade wieder nicht. Jetzt. Dachte ich mir doch, dass der Metallring so eine Art Stadion war. Okay. Ja, ziemlich futuristisches Stadion, oder? Ups. Du hast mal ein Stadion. Definitiv. Oh, hier hatte ich, glaube ich, alles mitgenommen, ne? Was ging? So viel zum Thema leichtes Gepäck. So. Da komm ich wieder runter. Sehr schön. Den vorsichtig. Gut. Dann hat das ja jetzt ausnahmsweise mal geklappt, ohne abzustürzen. Sehr schön. Den haben wir hier auch alles, ne? Ja, gut. Hier sind noch ein paar Laura-Feuer, aber das ist das kleinste Problem. Ich würde hier aber trotzdem gerne mitnehmen, halt wegen Porten, falls man hier wirklich später nochmal hin muss. Dann nehme ich das Lagerfeuer mit, dann das, und den geht es hier weiter zu Quest. So sammelt man halt auch alles auf. Jut, jut. Brauchte Kräuter wären auch nicht schlecht. Da ist das auch alles. Ne, ist so eine Feuerbrennwurzel, okay. Das auch, ne, oh. Heilkräuter sind hier leichte Mangelwurzel. So. Da hätten wir noch eins. Oh, wie recht du hast, Eloi. Wie recht du hast. Sammelt aber auf hier. Oh, da ist das Lagerfeuer. Maschinen sich jetzt gerade im Moment nicht, aber man weiß ja nie. Da ist auf jeden Fall noch ein Heilkraut. Denn. Ja. Haben wir sie auch schon fast wieder voll. Sehr schön. Gut. Den noch einmal aus dem Lagerfeuer mitnehmen und den geht es auch zur Quest. Dann haben wir das Gebiet, glaube ich, hier aber auch ziemlich gut ausgekundschaftet. Das müsste das dritte Lager sein, die Quest. Das ist so ein dämlicher Ei-Raus-Wurzel, du. Oh, da ist noch so ein Heilkraut. Sehr schön. Die habe ich jetzt eh voll. Was ist das? Das ist ein dämlicher Fuchs, okay. Den bereue ich eh nicht. Yo, sehr schön. So, ist das Lagerfeuer. Heilflonzen kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Wunderbar. Dann hätten wir das auch. So, dir will ich jetzt nochmal kurz eine Sache gucken. Ich kann noch einen Fertigkeitspunkt verteilen. Was haben wir denn hier noch? Schnitzexperte. Erhöhte Chance heute Knochen, Linsen und Herzensverbot. Da habe ich schon genug vor. Repariere eine beschädigte Reutmaschine. Repariere überbrückte Reutmaschine. Erhöhte Ressourcen und Inventarplätze um 20%. Ja, das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? Da bräuchte ich aber erstmal zwei Punkte um das. Dann bin ich hier runter. Yo, ich glaube, das werde ich als nächstes auch machen. Jut, den Obzug ist. Alles klar? Das Dreh der Lager. Das müssen wir jetzt machen. Ui, Leute, duck dich mal. Genau. Du hast ja schon gleich da vorne, ne? Gleich hier hinter. Irgendwo hier? Hier ist es. Sehr schön. Da haben wir es. Und hier sind auch Maschinen. Da sind Maschinen. Alles klar. Jut. Aber wo sind denn hier die Leute, du? Die sich holen. Alles klar. Da. Da ist auch einer. Komm mal her, Fifi. Ich kann dich hören, glaube ich. Ja. Und ich kann dich sehen. Den Trockmann. Oh, das du mit deinem Feuer gehörst hier weg. Ha! So, noch mehr Herrschaften hier. Oh, da sind ja noch mal einige, du. Ah, den kriege ich so nicht, ne? Ne. Aber gut, markieren könnte man die Herrschaften schon mal. Dann weiß man zumindest, wo sie sind. Noch mehr? Das ist der Alarm. Ne? Jo. Oh, die Maschinchen kommen aber auch ziemlich nahe. Komm mal her. Dich muss ich mal kurz besäutigen, mein Freund. Du könntest mich verraten. So geht das nicht. Ja. Komm schön zu Mama Eloi. Genau. Genau. So, ich will mal was probieren. Mit dem Scharschützenpfeil. Weil so reinschläuchen wird eh nix. Na, das wird aber auch nix. Ne. Vorhin, weil der Typ gerade sich schön versteckt hat. Oh, da ist noch einer. Okay. Hm. Gerade in dem Moment kriecht er sich hinter der Wand. Das darf nicht wahr sein. Sehr schön. Das hat gekloppt. Der ist auch ledig. Der Oine hat was gehört. Aber er hat mich nicht gesehen. Sehr schön. Machen wir es kurz. Okay. Na. Mit diesem Scharschützenpfeil triffst du aber auch echt sehr, sehr schlecht. Okay, die Soldatik ist jetzt auch im Kampf. Der ist auch erledigt. Wundermore. Oh, war das nicht schlimm? Hier ist noch ein Heilkräuterchen. Nimm mal mit. Den stürmen wir jetzt auch mal rin. Läubst du mal aufstehen, wenn ich dich verprügel? Sehr schön. Du genauso. Wunderbar. Na, 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 na. Du wolltest doch wohl nicht gerade von hinten, mein Freund. So nett. Hab ich dich. Wunderbar. Du willst doch wohl nicht da Heckenschütze spielen. Ich wollte doch wohl nicht gerade auf mich einprügeln. Oh, wollen sie. Die wollen mich verprügeln. Mensch, man schlägt keine ahnungslosen Frauen. Das macht man nicht. Hey. Man schlägt keine Frauen, Leute. Was seid ihr denn für welche? Also, Gentlemen, seid ihr nicht. Hier wird nicht gestorben. Zumindest nicht für mich. Alter, what? So. Die zwei Hampelmänner hier sind ja schon mal ausgeschaltet. Du bist jetzt auch dran. So. Genau wie du da. Wie ist denn denn? Ich zeig dir mal, wie das geht. So. Sehr schön, sehr schön. So. Da ist noch einer. Wunderbar. Ah, ein Heultrank. Was für eine Göttliche. Oh, ja. Gut, diesmal gab es gar nicht so viel Schaden. So. Okay, das ist wieder voll. Aber es ist eh nur Klimperkram zum Verkaufen. So. Das waren Täsche. Du hast, glaube ich, diesen Klimperkram. Mal sehen. Was habt ihr denn hier alles noch so? Absolut kein Platz dafür. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir skillen ja schon drauf hin. Reisepakete sind immer gut. Was haben wir denn noch hier? Kriegen wir auch nicht mit. Ich habe auch schon so viele Kissen, die ich momentan nicht öffnen kann. Weil einfach kaum Platz ist. Guck gleich mal, ob ich in meinen Partieren, habe ich ja gejagt, irgendwelche Taschen vergrößern kann. Wäre ja mal sehr schön, ne? Und woraufs killen muss ich auch. Unbedingt. So, den gucken wir mal. Äh, herstellen. Reisepakete. Ja, gut. Ich könnte den Munitionsbeutel. Ne, das Rohstoffbeutel. Ja, das ist schon mal sehr schön. Da brauche ich eine Wildschweinhaut. Gut, das kriegen wir hin. Aber zumindest passt da schon mal ein bisschen mehr rein. Hier den vollen Dingsbums können wir vergrößern. Kann er weiter ein Upgrade? Gut, der geht gar nicht größer. Gut, der ist maximal. Der geht noch einmal. Jetzt brauche ich Waschbeekchen noch. Aber ich müsste jetzt ein bisschen mehr mitkriegen, ne? Oder? Wäre sehr schön, ehrlich gesagt. So. Gut, das wäre auch ledig. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Dann kriege ich die ja jetzt auch gelootet, oder? Ja gut, Metallscherben passen ja sowieso immer. Boah, ist noch eine Kiste. Ich glaube, das waren die Sachen, die ich nicht einsammeln konnte. Jo, der geht jetzt. Und ich muss unbedingt beim nächsten Händler mal verkaufen. Gut, kein Weg dran vorbei. So, wir müssen jetzt da hinten hin. Direkt vor dem Metallring. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das war eine Roma-Dinge. Haben wir da? Den können wir da jetzt direkt hin stratzen. Wo ist noch so ein Heilkräuterchen? Das nehme ich doch gerne mit. Das brauche ich. Wie viele Stücke habe ich eigentlich noch? Ach, genug. Okay. Genug, genug. Ist das ein Heilkraut? Nein. Gut, den Storz sind wir da jetzt auf direkten Wege hin. Ist auch kein Heilkraut, ne? Doch. Mit damit. Alles klar. Das ist eine Feuerbrennwurzel. Die will ich nicht. Gut, da oben auf dem Hügel ist das. Da stehen ja auch schon die Wachen. Sehr schön. Gut, Heilkräuter sind fast voll. Also daher. Passt das. Ist gut. Die müssen wir wohl mit den beiden reden. Damit es weitergeht. Das wiederum machen wir morgen. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Tschüssi. Tschüssi. Musik